So, dann wollen wir die letzte Mission auch gleich noch anpacken. Leningrad, Mond über Sankt Petersburg. Sie haben die Brüder eiskalt erwischt, Commander. Welche Brüder? Achso. Sie werden sich fragen, was passiert ist. Wie es aussieht, ist alles, was Selinski gesagt hat, wahr. Das zu glauben fällt selbst nie schwer. Die Russen sind für alles verantwortlich, was in diesem Krieg passiert ist. Und nun geht es nur noch um eins. Und zwar um die vollständige Zerschlagung der Sowjetunion. Tjadenku und Kurkov haben all ihre Streitkräfte an einem Ort zusammengezogen, der als uneinnehmbar gilt. Die Peter-und-Paul-Festung in Leningrad. Machen Sie ein Ende, Commander. Sie müssen büßen für ihre Lügen und ihren Verrat. Die Sowjets bereiten in Leningrad ihr letztes Gefecht vor. Sie werden ihnen alles entgegenwerfen, was sie haben. Sie nutzen die Kanäle, um die Festung zu sichern. Deshalb müssen sie auf Marineeinheiten gefasst sein. Zerstören sie den Rest der sowjetischen Kriegsmaschinerie, Commander. Ich weiß, sie schaffen das. Und wenn alles vorbei ist, lade ich sie in meine Wohnung ein. Auf ein kleines Siegesdinner. Wir haben beschlossen, die sowjetische Führung zur Rechenschaft zu gehen. Die Mobilmachung läuft. In Kürze werden unsere Truppen vor Lening... Pass einfach auf, dass du am Anfang irgendwie deine Mirage-Panzer am Leben hältst. Wir haben beschlossen, die sowjetische Kernland vorzustoßen und den Feind zu überraschen. Wir verkleinern ein paar MBFs, um sie durch die sowjetischen Linien zu schleusen. Sie müssen einen Stützpunkt in ihrem Hinterland errichten. Dann können wir über die Chronosphäre Truppen heranziehen. Du musst auf die andere Seite. Sie müssen sich nicht überrollen. Aus. Wie Sie wünschen. Roger. Jawohl. Sind schon dabei. Volle Kraft voraus. Verstanden. Einsatz ist erreicht. Neue Bauoption. Reparatur läuft. Wird gebaut. Unser Bauhof wird angegriffen. Unzugreifung der Rechenschaft. Wir sind spazierbereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bin unterwegs. Sie dürfen uns nicht sehen. Unser Ziel erreicht. Eine Einheit wird angegriffen. Neues Einsatzziel erhalten. Der Arm ist im Ziel. Holen wir sie uns. Jawohl. Sie dürfen uns nicht sehen. Der Zeit zu andeln. Das ist unsere Chance. Feindliche Eugenie erhält. Wirst du ihn bereit? Feindliche Eugenie erhält. Unzureichende Mittel. Nähe mich dem Ziel. Der Zeit zu andeln. Meine Einheit wird angegriffen. Jetzt oder nicht. Nähe mich dem Ziel. Los. Bin unterwegs. Der Zeit zu andeln. Nähe mich dem Ziel. Unzureichende Mittel. Das ist unsere Chance. Der Zeit zu andeln. Okay, ich hab einen Panzer verloren, aber das macht nix. Vier reichen. Da hinten steht noch ein Recruit. Der muss noch weg. Wo? Der reichen geht. Warten wir schon. Kommandantat, Sie ruinierten meine Ehrenparade. Dafür mach ich mit allem, was ich habe, Hetzjagd auf Sie. Aber ich werde Ihnen die Genugtuung nicht gönnen, mich zu fassen. Ich werde an den einzigen Ort fliehen, der noch nicht korrumpiert wurde vom Kapitalismus. In den Weltraum. Okay. Der Premier versucht zu fliehen. Er hat sich einfach in der Festung im Zentrum dieser Kanäle verschanzt. Lassen Sie ihn keinesfalls flüchten. Hier sind Credits. Heben Sie eine Armee aus und verhindern Sie den Start seines Shuttles. Unzureichende Mittel für ein neues Einsatzziel erhalten. Wo sind meine Miragepanzer? Ein Süden kommt ja. So. Bau so schnell wie es geht einen Protonenkollider. Neue Bauoption wird gebaut. Ist zwar momentan noch in der Technologie gesperrt, aber der wird noch freigeschalten. So, wir haben 20 Minuten Zeit, sieben eiserne Vorhänge und die Startrampe zu zerstören. Das wir denken. So. Okay, man kann hier mit Bodeneinheiten kämpfen. Das geht. Das kann man hier machen. Die Startrampe wird nur eher über Luft und Wasser erreichbar sein. Eigentlich eher über Luft. Ja, dann machst du das mit der Startrampe dann. Ja. Sobald die eisernen Vorhänge alle zerstört sind, kannst du ja auch ein bisschen auf Luft-Einheiten bauen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Ich brauche jetzt aber zuallererst mal Ressourcen. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ausbildung. Miragepanzer bereit. So. Oh, da ist ja ein... Bau abgeschlossen. Cool. Allzeit bereit. Wird gebaut. Feindliche Reizpunkt entdeckt. Ingenieur einsatzbereit. Meine leichteste Übung. Erwartung Befehle. Das ist unsere Chance. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Warturm erobert. Was denn? Am ersten Vorhang bin ich fast dran. Haben Sie sich in der guten Helden, mein Freund. Eine Einheit wird angekürzt. Das ist unsere Chance. Bullen wir sie uns. Feuer hat geschlossen. Sie sind der guten Helden, mein Freund. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Die zerstörten sowjetischen Stützpunkte können als Ausgangsbasen genutzt werden. Neue Bauoption. Ein Eis einer Vorhang wurde zerstört. Die Reichspanzer bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Überrascht sich. Und der Weg. Ein Eis einer. Jetzt. Was gilt für die Schwerpunkte. Neue Bauoption. Kommander, Sie dürfen ab sofort den Protonen-Collider bauen. Der Einsatz dieser Waffe hätte für die sowjetischen Stützpunkte in dieser Region fatale Folgen. Ja, dann muss ich erst mal, ne? Ich baue eine Schwung. Verteidigungsministerium bauen. Habe ich schon. Ja, ich habe anders gebaut. So kann ich das nicht bauen. Das muss ich erst eine Luftwaffenbasis haben, ne? Ja, Luftwaffenbasis brauchst du für das Verteidigungsministerium. Brauche ich also so. Das ist hier aber so oder so. Notwendig. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich sollte noch ein Kraftwerk bauen. So, mein erstes Athena-Control-Zentrum. Wird gebaut. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Athena-Control-Zentrum gleich Superwaffe. Ich habe meinen ersten Vorhang schon kaputt gemacht. Leider sind meine Mirage-Panzer jetzt alle draufgegangen. Ja, ich mache Intelligenz. Ich habe den Bau abgeschlossen. Ich habe den Bau abgeschlossen. Ich habe den Bau voll schlau. Weil ich schlau bin. Ja, merke ich, du bist du schlauer als ich. Jetzt verliere ich dich alles. Pass auf. Tessler-Panzer, die werden uns killen. Oh, nicht. Ja, ich. Tessler-Panzer, die werden uns killen. Ja, ich habe hier gerade ein paar Probleme mit einem, mit ein paar. 10-15 Minuten bis zum Start des Shuttles. Ja, die kommen jetzt auf einmal alle auf mich zu. Ich bin da gerade minimal wehrlos gegen das, was die mir jetzt angreifen. Gegen sowas brauche ich Jäger. Ich habe gerade keine. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Upgrade abgeschlossen. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, und Natascha kommt jetzt auch noch. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay, ich glaube, der reibt mich hier gerade auf. Ähm, was? Ich kann mich gerade nicht gegen einen Ansturm an Twinblades wehren, weil der mir gerade alles kaputt gemacht hat. Bau abgeschlossen. Oh, schade. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Ausbildung. Ja, die ist schon. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Was liegt am Coach? Man wäre das mal befördert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Neue Bauoptionen. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Ist es Zeit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Genießen Sie das Feuerwerk. Hey Mann. Javelin. Unzureichende Mittel. Wie gehen wir vor? Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Position wählen. Hevelin Einsatzbereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Wir haben einen Sammler verloren. Ja, da steht auch ein Zickel mitten in deiner Erzraffinerin. Wer wollte einen Miererich etwas zählen? Unzureichende Mittel. Das sagt auch so. Feindliche Einheiten entdeckt. Bereit. Ein Eis an der Vorhang wurde zerstört. Okay, da waren es nur noch fünf. Unzureichende Mittel. Yo, vorsichtig. So, drumherum der Basis aufgestaltet. Vorwärts. Was? Nein, nein, nein. Okay, los. Hat sie eine Luftabwehr? Feindliche Einheiten entdeckt. Ähm, gerade nicht, nein. Fuck, yo. Unzureichende Mittel wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Freihandels-Aufgabe bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Boah, scheiße. Hätte ich doch eher dran denken können. Unzureichende Mittel. Wer wollte einen Erreichen? Das war so dumm. Das war so dumm. Wer sind beschädigt? Schau abgeschlossen. Sie sind die guten Händen, mein Freund. Wie schwierig ist es? Was darf es sein? Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Normalerweise greifen die mich nicht so heftig an. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Verbindeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Protonikollider bereit. Tarmfeld einsatzbereit. Wer wollte einen Mirage? Unzureichende Mittel. Tarmsystem bereit. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. T-10 Minuten bis zum Start des Shuttles. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Was? Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Und dann, dass wir das noch schaffen. Wir haben nicht im Ziel. Unzureichende Mittel. Ob das nicht so heißt? Feindliche Einheit erreicht. Wir haben Panzer bereit. Angriff eingeleitet. Das ist unsere Chance. Wollen wir sie uns? Sie dürfen uns nicht schulen. Feuer frei. Ob das hier ist so? Feindliche Einheit. Unzureichende Mittel. Ich bin bereit. Wer wollte einen Mirage? Jetzt! Jetzt! Nicht zureichender Mittel. Nähr mich dem Ziel. Holen wir sie uns. Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Am System bereit? Unzureichende Mittel. Das ist unsere Chance. Ach, scheiße, mein Name. Ey, die können wir neu machen. Ich wollte einen Mirage. Ich bin zu den guten Händen, mein Freund. Meinst du? Okay. Dann machen wir's neu. Kann man das irgendwie nicht? Wir wurden besiegt. Dann probieren wir das halt nochmal.